Mein Name ist Tobias Kuckuck von den Umsatzgurus aus Düsseldorf. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Umsatzgurus. Und unsere Aufgabe ist, Unternehmen zu mehr Umsatz zu verhelfen. Das ist das, was unsere Leidenschaft ist. Wir akquirieren beispielsweise Unternehmen, trainieren, unterstützen im Marketingbereich, im Aussourcingbereich. Unsere Kunden sehen uns als externe Vertriebs- und Marketingabteilung, die sich den Prozess des Kunden angliedern. Das heißt, ein einzelner Bereich oder der gesamte Bereich Vertrieb und Marketing kann von uns übernommen werden. Ihr findet uns unter www.umsatzgurus.de